es gibt ja so dass wir vorbei hamilton also geht doch 1 16 7 so bin ich im Q3 so was schaffen würde aber die bremstest haben schon geholfen so kann ich nur so ein bisschen dezent bremsen dann wieder loslassen und einlenken das ist eigentlich bedingt für den skill so das ständeste spiel ist meine ich nur so ein kleiner test und eine kleine aufgabe so wie der anders alles händeln muss genau erhebt die hand soll der schmarrn hey heatgamer servus oh hello my friend how you doing kickstose grüß dir eurer was geht ab my fearless friend ich habe gestern bin ich erst gestern einmal online gefahren meinst du jetzt wegen lags oder wegen leute die dich immer ram oder ich habe kein anderes online gespielt ich bin gestern das erste mal eine strecke online gefahren oder zwei glaube ich ich kann ja die strecke noch gar nicht musste erst üben dann fahre ich wieder online habe aber mit den regeln eingestellt dass man alles selber machen muss selber schalten keine ideallinie keine vorgaben gar nicht also alles dann ging es eigentlich da waren ganz coole leute dabei strafsystem naja ist oft nervig kriegs halt dann zehn sekunden aufgebrummt wenn er dich von hinten rammt oder so das ist immer noch so kiddies wie gesagt ich habe so eingestellt dass du keine hilfen hast gar nichts kann in ideallinie keine vorgaben nix und von daher bin ich gestern in der ersten zweiter das ist mal ein ich habe nur zwei gefahren aber ich habe cool leute wir haben schon drauf geachtet aber das mit denen strafen kannst du ja umstellen einfach auf reduziert zwei zwei vier vier So, eins liegen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wird 60 hürde in wau cool hier wunderschöner gebürzt alles gut auf jeden fall kannst mir ausrichten aber kennen wir nicht nur sagt doch vielleicht von einem komischen menschen also mit taten probieren meinst du glaube ich nicht kommen direkt fliegende runde muss man nicht so viel zeit die schon mal ausgefahren ich glaube nicht ob die boxen ausfahrt gar nicht geübt dafür willkommen in q2 mit hart mal ich habe die weichen schon im training verbraucht aber mit hart ist es komisch zu fahren hier in die strecke mit dem set-up hier das ich habe aber erstmal eine sicherheitsrunde fahren hier genau das meine ich natürlich kaum grip mit dem sind ja die extrem harten ich habe mir gedacht dass der platz macht kräftig immer doof im kohle sein mir sagt immer dass die hinter reisen zu kalt sind schüfte mich immer da und aber ich kann ja nicht wirklich gas geben hier sonst drehe ich ja durch sofort hin schon drei milliarden fehler gemacht in der runde schon ich bin erst mal mit dem traffic da ich wusste jetzt nicht ob er rüber zieht sind sie reifel schmutzig ich glaube q1 ist noch trocken und dann q32 regen müssen wir gleich mal nachschauen das ist ein ganz eigenes spiel hier also nicht update klar kommt zur pc extra also ich glaube nicht dass es nur ein update ist genau zu start der saison kommt dann ist 2015 er müsste schon klar für pc kommen auch die reifen jetzt schon wieder wärmer das passt dann wieder ein bisschen krügeln ich hoffe das stimmt was ich sage müsste vielleicht reichen für q2 bevor ich einige kurven noch komisch gefahren bin krügeln 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 kr dramatische kr kr Kaffee Das müsste glaube ich noch in der Verbesserung werden, obwohl ich die letzte Kurve scheiße gefahren bin. Also nicht ganz so gut.